Ich werde in diesem Monat in vier Aktien investieren, bei denen ich derzeit attraktive Kaufchancen sehe. Aber gibt es aktuell überhaupt noch gute Aktien zur günstigen Bewertung? Tatsächlich haben die sogenannten Magnificent Seven und vor allem auch Nvidia den Aktienmarkt in die Höhe getrieben und das Chancen-Risiko-Verhältnis hat sich bei vielen Aktien deutlich verschlechtert. Ich konnte aber insgesamt vier Aktien finden, die aus meiner Sicht immer noch fair bis günstig bewertet sind. Das Investieren in fair und günstig bewertete Aktien ist ein zentraler Bestandteil meiner Strategie. So kann man das Verlustrisiko reduzieren und das Potenzial für langfristige Gewinne erhöhen. Günstig bewertete Aktien bieten oft eine größere Sicherheitsmarge, da sie unterhalb ihres eigentlichen Wertes gehandelt werden. Das kann vor Marktschwankungen schützen und erhöht die Chance auf eine positive Kurskorrektur, wenn der Markt den wahren Wert der Aktie erkennt. Alle Aktien in diesem Video haben übrigens auch eine Gemeinsamkeit. Sie sind Marktführer in ihren Bereichen und bieten daher noch zusätzliches Wachstumspotenzial. Drei von den vier Aktien nehme ich übrigens komplett neu in mein Depot mit auf und nur bei einer Aktie werde ich meine Anteile aufstocken. Den ersten Kauf möchte ich dir hier direkt zeigen. Für den Kauf von Aktien und ETFs nutze ich den Broker von Scalable Capital. Hier könnt ihr sehen, wie ich die Order eingebe. Ich möchte Aktien im Wert von rund 500 Euro kaufen. Ich klicke auf Kaufen, wie ihr sehen könnt, wurde die Order sofort ausgeführt. Mit dem Free Broker von Scalable Capital kostet der Kauf von Aktien und ETFs nur 99 Cent pro Transaktion. Ein besonderes Highlight, Aktien und ETF-Sparpläne sind bei Scalable Capital gebührenfrei. Ich persönlich nutze das Prime Plus Broker Angebot und kann so ab einem Ordervolumen von 250 Euro gebührenfrei handeln. Alle neuen Prime Plus Kunden bekommen zudem bis auf weiteres 4% Zinsen über die Baader Bank für vier Monate auf bis zu 1 Million Euro Guthaben. Der Prime Plus Broker kostet nur 99 Monat und bietet noch viele weitere Vorteile. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link unten im ersten Kommentar unter dem Video. Die Aktie, die ich jetzt aufgestockt habe, ist also Alphabet. Warum ich meine Position in Alphabet weiter aufbaue, warum Alphabet zu meinen größten Positionen im Depot zählt, möchte ich dir anhand von drei einfachen Gründen kurz erklären. Grund Nummer 1, Alphabets Fundamentaldaten sind weiterhin sehr überzeugend. Das Unternehmen hat wieder sehr solide Quartalszahlen präsentiert und sowohl die Umsatz- als auch die Ertragsschätzung der Analysten wurden einmal wieder übertroffen. Das Wachstum hat endlich wieder angezogen und auch die Margen sind weiter stabil. So liegt das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahrsquartal bei 13% und die operative Marge ist auf 27% geklettert. Zweiter Grund, Alphabet dominiert weiterhin den Markt für Online-Werbung und ist alleiniger Marktführer in diesem Bereich. Aber es gibt eine Bedrohung, die diesen Markt langfristig verändern wird. Die Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen für eine Disruption sorgen und ich bin mir sicher, dass auch der Werbemarkt stark betroffen sein wird. Ich sehe hier aber weniger ein Risiko für Alphabet, sondern eine Chance. Das KI-Modell von Alphabet heißt nun nicht mehr BART, sondern Gemini und wird dann in Gmail, Google Docs und weiteren Google Anwendungen genutzt werden können. Ich bin überzeugt, dass Alphabet das Potenzial hat, sowohl die Profitabilität als auch das Wachstum weiter zu steigern. Grund Nummer 3, die Aktien von Alphabet sind aktuell sehr attraktiv bewertet. Vergleichet man die Bewertung mit den anderen Magnificent Seven Unternehmen, dann bietet Alphabet derzeit ein sehr gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Hier habe ich dir mal das aktuelle KGV und das geschätzte jährliche Gewinnwachstum für die kommenden 5 Jahre von den Magnificent Seven gegenübergestellt. Alphabet bietet das günstigste KGV bei einem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum von 19,25%. Gut möglich, dass wir aufgrund der hohen Bewertung vieler Tech-Aktien am Markt bald eine Korrektur sehen könnten, aber langfristig sehe ich bei Alphabet derzeit einen sehr guten Zeitpunkt, Anteile weiter aufzustocken. Nun stelle ich dir die 3 Aktien vor, die ich diesen Monat neu in mein Depot mit aufnehmen werde. Das erste Unternehmen positioniert sich als Branchenführer in einer spannenden Nische und bietet eine Lösung für ein weitverbreitetes Problem an, das nahezu alle Unternehmen weltweit betrifft. In vielen Unternehmen haben hunderte oder sogar tausende Mitarbeiter die Möglichkeit, Bestellungen für Waren zu tätigen oder für Kreditkarten zu nutzen, sei es für das Tanken von Dienstwagen oder das Bezahlen von Geschäftsreisen. Doch oft fehlt es den Unternehmen an geeigneten Tools, um diese Ausgaben effektiv zu überwachen und zu kontrollieren. An dieser Stelle kommen die Lösungen von Fleetcore Technologies ins Spiel, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das im Bereich für Geschäftszahlung und Ausgabenmanagement tätig ist. Mit diesen innovativen Lösungen können Unternehmen den Zahlungsprozess von Lieferantenzahlung bis hin zu Geschäftsreisen verwalten und automatisieren. Besonders hervorzuheben ist der Bereich für Dienstfahrzeuge und Mobilität, der 57% der Gesamtumsätze ausmacht. Ein Geschäftsmodell, das in den vergangenen Jahren toll gewachsen ist, was man auch anhand der Umsatzentwicklung erkennen kann. Das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei soliden 9,65%. Die Nettogewinnmarge liegt bei sehr hohen 26% und für die kommenden 5 Jahre erwarten Analysten ein jährliches Gewinnwachstum von 13,3% pro Jahr. Für mich ist Fleetcore eine interessante Qualitätsaktie, wichtig ist aber, dass man nicht zu teuer in diese Aktie einsteigt. Tatsächlich wird die Aktie derzeit mit einem günstigen KGV von nur 21,3% gehandelt. Auch das Free Cashflow Ratio von nur 12% deutet auf eine Unterbewertung hin. Ich persönlich denke, dass Kunden in Zukunft immer mehr auf eigenes Kostenmanagement achten werden und Fleetcore mit den Lösungen für das Ausgabenmanagement sehr gut aufgestellt ist. Machen wir weiter mit dem zweiten Neukauf. Auch das Unternehmen ist im Zahlungsbereich tätig und könnte aktuell eine gute Kaufgelegenheit darstellen. Viele Zahlungsdienstleister durchlaufen derzeit eine schwierige Phase, was man auch sehr schnell anhand der Aktienkurse von bekannten Zahlungsunternehmen, wie beispielsweise von PayPal, ablesen kann. Ich bin aber jemand, der auch immer nach antizyklischen Investitionsmöglichkeiten schaut und ich bin überzeugt, dass ich in dieser folgenden Aktie so eine gefunden habe. Nach einer Schwäche der Phase ist es dem Unternehmen gelungen, seine Margen zu stabilisieren. So stieg die Bruttomarge im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um überdurchschnittliche 25% an. Laut den Prognosen des Management wird für das Jahr 2024 ein deutliches Gewinnwachstum erwartet. Das Unternehmen heißt Block und ist ein Technologieunternehmen, das eine breite Palette an Zahlungs- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen möchte ein weites Ökosystem für alle finanziellen Bedürfnisse aufbauen. Erster und wichtigster Baustein ist aber die sogenannte Cash-App. Mit der Cash-App können Nutzer ihre Finanzen verwalten. Dazu zählen Zahlungskarten, das Investieren in Aktien und Kryptos sowie einen Geldautomatenzugang und die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Was sich darunter wenig vorstellen kann, die Cash-App ist kurz gesagt vergleichbar mit PayPal. Allerdings bietet die Cash-App aktuell noch deutlich mehr Funktionen. Wie auch PayPal bietet Block zudem noch mobile Kartenlesegeräte und Point-of-Sale-Systeme an, die zum Bezahlen in Geschäften genutzt werden können. Block verdient dabei Geld, indem es Gebühren für jede durchgeführte Transaktion nimmt. Hinzu kommen dann noch Umsätze durch Abo-Gebühren für unterschiedliche Bezahlsysteme. Das Sentiment zur Aktie hat sich in den vergangenen Monaten auch wieder etwas verbessert, was man unter anderem auch am Aktienkurs sehen kann. Aber auch bei Block gibt es durchaus Risiken. Es gibt im Bereich für Zahlungsdienstleister sehr viel Konkurrenz, die das Wachstum von Block hemmen könnten. Wichtig ist aber, wenn ihr das Wachstum des Unternehmens trackt, dann achtet am besten auf die Entwicklung der Bruttomargen und nicht auf die Umsatzentwicklung, da die Umsatzentwicklung durch hohe Bitcoin-Einnahmen verzerrt ist. Inklusive Bitcoin-Umsätze betrug das gesamte Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr 24% und ohne Bitcoin-Umsätze lag das Umsatzwachstum bei 15%. Die Margen haben sich zudem auch insgesamt sehr gut entwickelt. Mit dem Abbau von Stellen konnte man die Profitabilität weiter verbessern und die Schätzungen der Analysten konnten geschlagen werden. Die Reaktion der Anleger kann man auch sehr einfach an des Aktienkurses ablesen, der einen deutlichen Sprung nach oben gemacht hat. Aber ist die Aktie nach dem Kurssprung noch günstig bewertet, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Bewertung. Das Forward KGV liegt aktuell bei 80,8. In Anbetracht der aktuellen Wachstumsraten aus meiner Sicht eine faire Bewertung. Ich habe eine erste Position bereits aufgebaut und werde meine Position auch zum aktuellen Kursniveau per Sparplan weiter aufbauen. Für mich passt das Chancen-Risiko-Verhältnis und die Aussichten sind ebenfalls gut. Kommen wir zur vierten Aktie und zum dritten Neukauf für den Monat März. Auch bei dieser Aktie sehe ich aktuell eine tolle Erholungschance. Und ich werde diese erstmalig in mein Depot mit aufnehmen. Das Unternehmen bietet E-Fahrzeuge, Batterien und andere erneuerbare Energieprodukte an. Ein Markt, der in der Vergangenheit insbesondere von Tesla dominiert wurde. 2023 haben zum Beispiel die Aktien von Tesla eine beeindruckende Performance hingelegt und sich wieder zurückgemeldet. Tesla war lange Zeit Marktführer für E-Fahrzeuge, ist nun aber nicht mehr der größte E-Auto-Hersteller der Welt. Im vierten Quartal 2023 meldete Tesla rund 484.000 Fahrzeugauslieferungen. Das entspricht einem soliden Wachstum von 11% im Vergleich zu dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum konnte der Herausforderer jedoch mehr als 526.000 Fahrzeuge ausliefern. Und allein im Januar lagen die Auslieferungen bei über 200.000 Stück, was einem Wachstum von sehr hohen 33% entspricht. Nun lüfte ich das Geheimnis, das Unternehmen, das Tesla als Marktführer abgelöst hat, heißt Build Your Dreams, besser bekannt unter dem Kürzel BYD. Was macht den chinesischen Autohersteller so besonders und verschafft ihm einen Wettbewerbsvorteil? Ganz einfach die sogenannte vertikale Integration. Damit ist gemeint, dass das Unternehmen sehr viele seiner benötigten Komponenten selber produziert. Insbesondere die fortschrittlichen Batterietechnologien werden von BYD selber hergestellt, was Vorteile im Bereich von Kostenkontrolle und Effizienz mit sich bringt. Die Margen von BYD stehen aber aktuell etwas unter Druck, so erzielt BYD eine operative Marge von rund 6%. Immerhin ist man damit fast gleich auf mit Tesla, die eine operative Marge von 8% erzielen. Aus meiner Sicht fährt BYD aber die bessere Strategie im Vergleich zu Tesla, denn die Autos sind viel günstiger und können somit aus meiner Sicht eine breitere Kundschaft ansprechen. Goldman Sachs sieht aber auch insbesondere bei den Premium-Marken von BYD noch sehr viel Potenzial. So erzielen die Premium-Marken Bruttomargen zwischen 30 und 40%. Im Gegensatz dazu, die Modelle, die für den Massmarkt gedacht sind, erreichen nur Margen von rund 20%. Auch der Exportbereich von BYD ist derzeit ein wichtiger Wachstumsfaktor. So verkündete BYD im Januar, dass die Exporte um 334% gestiegen sind und BYD verkauft Autos in über 70 Ländern. Auf Gesamtjahressicht liegt das aktuelle Umsatzwachstum bei 57% und das Umsatzwachstum im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr liegt bei 38,5%. Der Gewinn der Aktie konnte sogar um 81,7% gesteigert werden. Trotz der hohen Wachstumsraten ist die Aktie dennoch sehr günstig bewertet. Das KGV liegt bei gerade einmal 17. Unter Berücksichtigung der Wachstumsraten kommt man so auf ein Peck-Ratio von 0,34, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Ich wundere mich aber dennoch nicht über diese günstige Bewertung, da hier einige Risiken mit eingepreist sind. Denn ein paar wichtige Details sollte man bei BYD noch beachten. Zudem sollte man das geopolitische Risiko nicht außer Acht lassen und hinzu kommt, dass die schnitzische Wirtschaft weiterhin sehr schwach ist. Ich bin aber bereit, das Risiko einzugehen, werde aber zum Beispiel nicht mehr als 1-2% von meinem Depotwert in dieses Unternehmen investieren. Falls dieses Mal nichts Passendes für dich dabei gewesen ist oder du an weiteren interessanten Aktien interessiert bist, dann schau dir unbedingt noch mein letztes Video an. Dort habe ich ebenfalls spannende Aktien vorgestellt, in denen ich vor kurzem noch ebenfalls Positionen aufgebaut habe. Schau gerne mal rein und klicke einfach hier oben auf dieses Video. Und bitte denkt dran, dieses Video ist keine Anlageberatung.